Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Minecraft. Ja, in der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten paar Folgen ging es darum, aus der Höhle zu entfliehen, beziehungsweise ein paar Rohstoffe zu finden, die wir auch gefunden haben, aber dann ist dieses nette, ja, untote Knochenfuzifi einfach weggeschossen. Und ja, die Sachen habe ich mir, sage ich mal, gewaltsam wieder zurückgeholt. Und ja, dann sind wir jetzt hier so gelandet mal. Und ja, es ist Nacht und wir verpüsten uns jetzt erstmal nach Hause. Denn ich habe keine Lust. Oh, ist der so, wie ist der eine Creeperdecke auf dem Rücken? Unser kleiner Wufi. Ist das jetzt männlich oder weiblich? Ich zau mal nachgucken. Ich hoffe, der ist männlich, dann heißt er nämlich Bello. So durch den Wald jumpen ist jetzt auch nicht vielleicht die ultimative beste Lösung. What's that? Oh ne, Hundi, Hundi, ganz schlechte Idee. Ah ne, er hieß er Bello. Bello, ganz schlechte Idee. Dafür muss ich dich zu Hause lassen. Weil ich habe dich vielleicht gerade erstmal für fünf Minuten, oder keine Ahnung. Aber die, das lasse ich mich nicht nehmen. Na, das passt ja, habe ich noch eine mit. Verdammt. Nur bub ich's. So, erstmal nur in den Schwamm. Hihi. Nun, komm schon. Schön sauber machen, sonst kommst du nicht zu Hause rein. Ejo. So, jetzt kommt der ultimative Bepaarungsversuch. So, ich habe hier zu Hause drei wenige Katzen. Und. Äh. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Boah, fügt euch immer. Schwesene ist schon lang. Aber da kommt mein Hund. Meine P's. Hm. Zwei Creeper. Aua. Oh, mein Wuff lebt immer noch. Boah. King of Wuffs hier. Ja, nicht ohne Scheiß. So, da hinten ist Schnee. Ich glaube, wo wir waren. Ja, und das könnte er sein. So. Ich hasse es, in der Nacht zu sein. Ich habe den hier so. Ja, und du den. Ja, machst du den, greifst du den mal vielleicht hier an? Der bedroht mich. Und. Kriegst du wohl nicht mit, ja? Ja. Da sagst du nichts mehr. Da gibt es dann nur noch einen Wuff. Und dann. Was das? Äh. Ganz viele Wuffys. Ist das geil. Hammer. Ah, der mag mich schon. Lol, jetzt habe ich drei Hunde. Ist das geil. Eine N-N-Frau. Ich habe mir jetzt erstmal was hinten. Nein, nein. Ich habe mein Schwert nicht zur Auswahl. Schau. Äh, ja. Hier ist Sand. Ich hätte mir vorher mal die Koordinaten aufschreiben sollen, vielleicht. Wäre von Vorteil gewesen. Das wäre echt Vorteil gewesen, weil dann müsste ich jetzt nicht hier fünf Stunden. Soll ich den Busch rennen und zoomen? Irgendwo werde ich schon rauskommen. Ich bin mal in drei Hunde dabei, die alle mir motiviert sind, mir zu helfen. Vielleicht auch nicht. Oh, naaaaaaah! Die Hunde sollten sich eigentlich zu mir pointen, hoffe ich mal. Da ist nochmal Schnee. Äh, ne. Hier sind wir aber irgendwie so falsch. Hol mir mein Essen. Geht auch. Brabes Wuff. Da hinten ist nochmal Schnee. Ich habe Angst, dass hier irgendwie ein Creeper so rumschlägt. Schnee. Ach Mann, Hundi. Hahaha. Iiiiii. Ei, ei, ei. Was noch so einer? Petri, ei, ja. ja und nun sagen wir was man machen wir bewegen uns so fortschrittlich wie möglich da jetzt einfach hin ich habe ja redstone wenn ich jetzt wüsste wie eine ruhe geht dann wir quatschen kompass so wir haben eh keinen platz im inventar schmeißen wir mal die federn raus tun uns jetzt einfach meinen kompass ist das ein kompass ich wollte jetzt habe ich 64 kompie passen ja jetzt riecht ich höre ich schon so ist das schon gut erkannt schmeißen dann zu hause weg und machen wir nur irgendwann mal jetzt eigentlich immer hier geradeaus vielleicht lasse ich die noch einfach dann hier so unterwegs liegen wenn ich weiß wo ich bin auf jeden Fall gibt es hier schweine und oink das ist jetzt natürlich nicht so prägernd wäre wenn ich in lau auf einen ich kann uns aufgenommen ich wies bloß nicht was was los ich sehe mutig wird die gesichter ich Ai, 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 ouch. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh.